Mein Name ist Manuela Zehnder und ich bin Mediatorin. Das heißt, ich vermittle, wenn Parteien miteinander Konflikte haben. Warum diese Idee? 75% aller Start-ups in Deutschland werden im Team gegründet. Sage und schreibe vier von fünf scheitern aber bereits in den ersten drei Jahren. Probleme im Team sind dabei neben fehlender Nachfrage und zu wenig Cash bei jedem zweiten scheitern mit die Ursache. Um euch das Ganze etwas plastischer zu zeigen, habe ich hier Gründer Eule und Gründer Hase. Ich mache die ganze Zeit alles allein. Mach du auch mal mit. Ich bin völlig überfordert. Deine Alleingänge, die kotzen mich an. Ich will auch mal mit entscheiden. Alles machst du allein. Mach doch dein eigenes Ding. Solche Probleme allein im Team zu bewerbspilligen geht meistens nicht. Dafür sind die Einzelnen viel zu sehr verstrickt. Man braucht da einen neutralen Dritten, einen Mediator, der in dem Konflikt vermittelt. Und Mediation, das ist genau das hier. Ohne Mediation wäre... Und statt Anwalt oder Schlichter oder Richter kann man in der Mediation mit relativ wenig finanziellem und zeitlichem Aufwand es als Start-up-Team schaffen, seine Probleme in den Griff zu bekommen. Und so könnt ihr euren Traum, den ihr als Gründer ihr habt, weiterleben lassen und Arbeitsplätze sichern. Warum jetzt gerade ich? Ich habe in meiner Berufslaufbahn als Key-Account-Managerin immer wieder mit Kollegen Kontakt gehabt, die zu mir kamen, wenn sie Probleme mit anderen Kollegen hatten. Und mir war meistens sehr schnell klar, wo der Klackpunkt lag. Ich habe ein Talent dafür, um diese individuellen Beweggründe bei den Menschen zu erkennen, analysiere auch ganz gut und bringe Gefühle meistens wirklich auf den Punkt, also sprachlich. Und dem Ganzen dann noch eine Struktur zu geben, das ist Mediationsarbeit. Das ist einfach genau mein Ding und ich habe deshalb die feste Vision, euch als Start-ups zu helfen, auch anderen Unternehmen, in denen es kriselt. Und so insgesamt einfach ein wenig mehr Frieden und Ruhe in unserer Welt zu schaffen. Also traut euch, packt euch die Probleme an, die ihr habt. Nehmt dazu eben einen neutralen Dritten mit ins Boot. Und so könnt ihr vor allem auch präventiv schon Konfliktpotenziale beseitigen. Und ihr übersteht eben nicht nur die ersten drei Jahre. Mit meinem Messeangebot könnt ihr eine Stunde lang völlig kostenlos und gratis testen, ob Mediation was für euch ist. Kommt dazu nachher einfach an meinem Stand vorbei. Und wer sich da jetzt noch nicht so schnell entscheiden kann, für den gibt es einen kleinen Reminder. Da könnt ihr eure Probleme markieren. Applaus Und wer sich da jetzt noch nicht so schnell aus? Untertitelung des ZDF, 2020